Hallo und herzlich willkommen zurück in der Höhle und wir hatten jetzt schon drei Diamanten, drei Smaragde gefunden, ein Dungeon, all sowas hatten wir alles gefunden gerade und ich hoffe unser Inventory wird nicht zu voll, weil das wäre wirklich ärgerlich. So viele Diamanten hier und sowas würde ich ja alles gerne mitnehmen, so Eisen, also wir könnten hier nur eine ganze Folge Farming machen. So, ähm, ist hier noch jemand gerade, sehe ich Kaiden, ähm, okay, der kann da ruhig rummeckern, das stört mich gar nicht. Dann nehmen wir mal noch Gold mit, was ich gar nicht so sinnlos finde, wie viele immer sagen und dafür haben wir keinen Platz. Ach man, so, ist hier jemand? Nein? Ähm, 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 was können wir rausschmeißen? Ähm, eigentlich brauche ich ja alles. Ähm, hier Feuerstein brauchen wir nicht. So, ähm, das Eisen wieder mitnehmen. Also Eisen haben wir dann auch erstmal ein bisschen. Ausgesorgt haben wir nicht, aber wir haben schon Eisen und hier haben wir schon wieder ein Smaragd. Ich dachte, die sollten übelst selten sein. Sind ja genau das Gegenteil davon. Das finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, aber verwundert mich ein bisschen. Da drüben wollte ich dann noch hin. Ach, habe ich vergessen. Das hatte ich vergessen. So, äh, wo wollte ich hin? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, da wollte ich hin. So, dann muss ich mich hier lang bauen. Gucken, dass mich keiner reinschubst in die Lava. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. So, dann baue ich hier mal drunter und hoffe, dass ich den kriege. Ja, habe ich. So, hochspringen hier. Ach, hier ist doch auch noch eine Höhle. Ah, verdammt. So viele Höhlenabschnitte hier. Okay, das geht bis ganz hoch. Das erkunde ich jetzt aber nicht. Und Lapis haben wir jetzt auch. Okay, ähm, Lapis. Was schmeiße ich dafür raus? Ähm, ähm, warte. Äh, kann man das zu Sticks machen? So. Ja, viel zu viele Sticks. Okay. Machen wir halt noch ein paar Fackeln draus. Äh, so. Ähm, deswegen ist es jetzt trotzdem nicht weniger geworden. Ich dachte, wir hatten noch pures Holz. Bin ich so dumm und sehe es nicht, oder? Wie sieht es hier aus? Ähm. Das kann man rausschmeißen. Komm, ein Weizen. So, Lapis brauchen wir eigentlich nicht, aber ich nehme es einfach mal mit, weil ich Lapis irgendwie cool finde. Da kommt immer so viel raus. So, jetzt haben wir hier noch einen Abschnitt erkundet. So. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Redstone. Das kommt natürlich immer mit, dieser Rotstein hier. Gold. Gold. Ja. Hier gibt es jetzt ordentlich neue Ressourcen. Ich habe lange keine Höhlentour mehr gemacht. Deswegen kenne ich mich damit jetzt noch nicht so aus. Aber, ich finde es schon recht cool. Hat sich gut entwickelt. Ist zwar manchmal ein bisschen viel. Jetzt haben wir schon den ersten Stack voll. Äh, komm. Ein Eimer. Vorhin ein Eimer brauche ich vielleicht. So. Darunter gehe ich mal nicht. Ich nehme aber die Kohle mit. So viel wie geht. Weil Kohle können wir ja immer gut gebrauchen. So. Ich will jetzt auch nicht alles liegen lassen an Kohle. Das ist auch doof. So. Hm, 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 hm. Ähm. Darüber springen. So. Und dann haben wir hier unten ja schon alles erkundet eigentlich, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal viel Kohle mit. Weil die brauchen wir ja. Und da haben wir ja schon jetzt viele neue Ziele dadurch gekriegt. Durch die Höhlentour. In den Netter zu gehen. Enchantment Table zu bauen. Äh, Monsterfalle bauen. Und das sind jetzt erstmal meine neuen, ähm, Ziele. Ja. Ziele sind das. So. Und jetzt können wir uns hier noch stundenlang durch die Kohle buddeln. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle. So. Haben wir es jetzt geschafft? So. Äh, was schmeiß ich raus? Kakaobohnen will ich nicht rausschmeißen. Ich glaube, da muss doch der Eimer weg. Ja. Der Eimer muss weg. So. Da drüben ist noch Redstone. Redstone nehmen wir uns natürlich immer gerne mit. So. Redstone, Redstone. Da brauchen wir noch einiges davon. Wir haben zwar momentan genug, aber wir brauchen trotzdem mehr. Ähm. Früher oder später braucht man immer mehr. Ähm. War das jetzt hier die Höhle? Ja, oder? Ach, da bist du. Komm doch runter, Mann. Hab dich nicht so. Dann schieß ich dir halt den Bauch. Au. Okay. Wenn du meinst. Äh, tötest du dich halt selbst. Selbstmordgedanken kann ich nicht, äh, abwenden. Dafür kann ich nichts. So. Und dann nehmen wir das Eisen natürlich auch noch mit. Denn Eisen ist unser Freund. Ähm. Da haben wir jetzt Opsi. Opsige Knopsi haben wir da schon. So. Äh. Wo müsste man jetzt lang? Ich will noch nicht aus der Höhle. Also wir brauchen jetzt noch nicht schreiben, wo sich hier der Ausgang ist. Den finde ich auch so. Hoffe ich. In Anführungsstrichen. Okay. Hier war der Spawner. Der Spawner. Der Spawner. Ich würde ja auch gerne hier das, äh, mitnehmen. Dings. Bums. Hier. Äh. Den Mossstone. Aber ich hab mir Koordinaten aufgeschrieben. Da hol ich mir den nachher. So. Und das Eis natürlich nicht vergessen. Vor lauter Dungeons und Diamanten und Smaragden haben wir hier auch was vergessen gehabt. Äh. Au. Mist. Ach. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ähm. Gehen wir hier lang? Hier war ich da auch schon tausendmal. Ich wollte jetzt in die Höhle gehen. Äh. Ich sag jedes Mal Höhle. Das ist doch ne Schlucht, Junge. Ach. Oh ne. So. Ich versuch halt auch noch Sims aufzunehmen. Aber erst mal Minecraft. Das ist wichtiger. Ach. Rüberspringen. So. Und wieder ein Smaragd eingesackt. Ähm. Ich hab vergessen wo es in die Höhle ging. Schlucht, Junge. Mann. So. Komm. Stirb. Stirb einfach. Das macht's alle für uns leicht. Für uns alle leichter meine ich natürlich. Ah. Da. Ich hab dich gesehen. Du kannst nicht entkommen. So. Noch ein paar XP eingesammelt. Und was fressen. So. Regeneration. Regeneration. So. Ähm. Hier. Okay. Ich guck mal wie lange ich aufnehmen. Okay. Skeletti. Das schießt meine Beine weg. So. Und nochmal. Komm schon. Ach. Dann halt nicht oder? Oder? Da ist es. Hä? Es ist der Pfeil zurückgekommen. Schieß mich ab. Los. Ja. Perfekt. Hast du gut gemacht. Äh. Ich krieg dich noch. Verdammt. Lass mich. Äh. So. Ein Schuss und du bist weg. Siehste. Habe ich dir nicht gesagt? Hättest du mal auf mich hören sollen. So. Und hier. Zombie. Hi. Hi. Komm wir hüpfen um die Wette. Ach. Du sollst nicht immer rot klinken. So. Die Experience mitgenommen. Äh. So. Ach. Da bist du. Komm her. Dankeschön. So. Schwert auswählen. Du schießt mich nicht ab. Ja. Doch. Bist. Ich doch abgeschossenes Vieh. Ähm. Okay. Hier geht's lang. Nein. Ach. Komm schon. So. Hier das Wasser abklemmen. So. Weil es fließt ja nicht unendlich weit Wasser. Wie wir wissen. So. Nehmen wir das noch mit. Äh. Verbringen wir jetzt auch einige Folgen in der Höhle hier. Ha. Ha. Verdammter Scheiß. Creeper. Auch noch zwei davon. Verpiss dich. Verpiss dich. Danke. So. Der hat unser Schwarzpulver hinterlassen. Der andere. Ein netter Creeper war das. Ach. Schwarzpulver will ich mitnehmen. Schwarzpulver will ich mitnehmen. Ja. Lass mich. Lass mich. So. Erde braucht man nicht. Sogar zwei haben wir. Ach. Ich komm hier nicht so hoch. Das ist scheiße. So. Ich grab mich jetzt hier so an der Seite einfach hoch. Äh. Äh. Dadadadada. So. Und hier lang. So. Hier schwimmt schon wieder einer. Äh. Ich guck wie lang ich aufnehme. Okay. So. Und da ist die Spitzhacke auch gleich am Arsch. So. Genau. Jetzt. Äh. Das braucht man nicht. Dann nehmen wir eine neue Spitzhacke mit. Äh. Geronimo. Geronimo. Ja. 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 Schießt mich halt ab. Ach. Keiner da. Ach. Schade. So. Ähm. Hier. Das Wasser kommt weg. So. Perfekt. Perfekt gemacht. Ach. Eine Fakke reicht doch. So. Da hören wir auch wieder die schönen Höhlen-Sounds hier. So. Okay. Jetzt sind wir hier schon wieder. So. Und wie ihr seht, gibt es hier genug Ressourcen für uns. Unendliche. Also an Kohle wird es uns nie mangeln. Wenn es uns mal mangelt, gehen wir einfach in die Höhle und dann haben wir keinen Mangel mehr. So. Komm. Haben wir schon wieder einen neuen Stack? Ach. Das will keiner. So. Ich kloppe jetzt einfach hier mal die Kohle weg. Weil davon brauchen wir ja auch ein bisschen, um das alles zu brennen. Unsere ganzen Funde hier. Ah. Ich will das scheiß Ding nicht. So. Hier renne ich jetzt einfach mal rein. So. Mit der Hoffnung, dass uns keiner abschießt. Pilze. Ah. Creeper. Fick dich. Mann. So kann man sich übrigens auch schön durch die Höhle basteln. Mit so einem Creeper. Der kann einem schön alles wegspringen. Ich glaube, wir haben noch keinen Creeper getötet. Ach. Komm schon. Ach. Mach keinen Scheiß Creeper. Guter Creeper. Guter Creeper. Guter Creeper. Perfekt. Er legt. Wo wir gerade davon sprachen, dass wir noch keinen Creeper erlegt haben. Haben wir einen Creeper erlegt. Ah. Da bist du. Guck mal. Ich kann auch schießen. Und. Klack. Ach. Der hat mich auch noch getroffen. Ähm. Spinny. Wo bist du? Ich glaube da oben bist du, oder? Oder? Keine Ahnung. Au. So. Ach. Scheiß Creeper. Wie ich schon gesagt habe. Creeper sind scheiße. So. So. Und nochmal zweimal drauf. So. Kurz bevor er explodiert ist noch erlegt. Und hier ist der Dungeon, oder? Hört sich ja fast nach Dings Dungeon an. Hier nach. Äh. Skelett Dungeon. Oder? Was sagt der Dungeon? Ah. Creeper Dungeon. Nein. Kein Creeper Dungeon. Das gibt es nicht. Glücklicherweise. Stellt euch mal vor. Es gibt Creeper Dungeons. Das wären scheiße. Okay. Und die Folge ist auch voll. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.